Die sechste öffentliche, nicht-öffentliche Sitzung des Kosfiker Stadtrates wird in die Geschichte der großen Kreisstaat eingehen. Sie fand aufgrund der aktuellen Lage im großen Saal der Börse statt. Hier finden normalerweise weit mehr als 600 Besucher bei großen Veranstaltungen Platz. Diesmal hatten die 23 Stadträte in Corona-sicheren Abständen Platz genommen, jeder an einem separaten Tisch. Dies betraf natürlich auch die anwesenden Verwaltungsmitarbeiter sowie die Vertreter der Presse. Diese Sitzung einfach ausfallen zu lassen, erschien der Stadt als nicht möglich. Immerhin mussten diesmal sehr wichtige Vorhaben beschlossen werden. Es gibt in Kosfich eine ganze Reihe von laufenden Verfahren wie die Fortführung des Bebauungsplans, Haushaltssatzung, Investitionsvertrag oder auch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Die Verwaltung muss auch während dieser Krise weiter arbeiten können. All diese Vorhaben können nicht auf unbestimmte Zeit einfach ausgesetzt werden. Die Sitzung war zwar öffentlich gekommen, waren aber nur wenige Gäste. Die Einwohner-Fragestunde wurde ganz weggelassen. In der Sitzung ging es dann vordergründig um die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes. Dieser hatte zuvor für viel Ärger gesorgt. Erinnert sei an ein Waldstück im Wohngebiet Spitzgrund an der Friedewaldstraße, welches bebaut werden sollte. Der wohl interessanteste Tagesordnungspunkt dürfte sicher die Wahl eines neuen Beigeordneten, sprich eines neuen Bürgermeisters gewesen sein. Immerhin verfügt Oberbürgermeister Thomas Schubert bisher über keinen Stellvertreter, der stets auch das Amt des Kämmerers innehat. Nach Veröffentlichung der Stellenausschreibung hatten sich mehrere Kandidaten beworben. Vier erfüllten die Anforderungen und durften sich den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses vorstellen. Daraufhin wurden zwei ausgewählt. Dazu gehörte Friederike Trommer. Sie ist Diplom-Verwaltungswirtin und leitet seit rund drei Jahren das Amt für Finanzverwaltung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Dr. Christoph Tromp, der zweite Kandidat, ist Diplom-Wirtschaftsingenieur und hat am Lehrstuhl für betriebliches Rechnungswesen und Controlling der TU Dresden promoviert. Er arbeitet als Abteilungsleiter bei B&P Kommunalberatung. Beim ersten Wahlgang, da reicht die einfache Stimmenmehrheit, wählten in geheimer Wahl 13 Stadträte Dr. Trump. Zehn entschieden sich für Friederike Trommer. Obi Schubert hätte sein Einvernehmen erklären müssen, was er aber nicht getan hatte. Daher war noch ein zweiter geheimer Wahlgang notwendig geworden. Zuvor berieten die Fraktionen noch einmal untereinander und deren Vorsitzende noch einmal mit Thomas Schubert. Aber auch das zweite Wahlergebnis fiel dann überraschenderweise exakt wie das erste aus. Wir haben einen Versuch gestartet, aber sind ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Ich habe sicherlich meinen Beitrag dazu geleistet, dass es so ausgegangen ist, weil ich eine konkrete Vorstellung hatte, wen ich mir als Stellvertreter gewünscht habe. Wen ich auch unter Abwägung der fachlichen Eignungen und als Sicht, was braucht unsere Stadt, bevorzugt habe. Deswegen habe ich zum Wahlergebnis mein Einvernehmen nicht erteilt. Es kann einen verwundern, wenn es zwei Kandidaten im Stadtrat gibt und dann letztendlich die Entscheidung nicht akzeptiert wird von meiner Seite. Das ist sicherlich sowohl für die Presse als auch für den einzelnen Bürger so sein. Aber ich habe mir das auch nie leicht gemacht, diese Entscheidung. Und ich tue das unter dem Wissen, dass ich ja selber 13 Jahre lang dieses Amt begleitet habe, was der neue Stellvertreter ja wieder begleiten sollte. Und insofern glaube ich, es vielleicht ein klein wenig besser auch einschätzen zu können, als der einzelne Stadtrat, der vielleicht auch jetzt gerade mal seit sechs, sieben Monaten dieses Amt innehat. Nur mit einer Zweidrittelmehrheit hätte es Dr. Christoph Trump jetzt geschafft. Er und auch Friederike Trommer beabsichtigen nicht, noch einmal zur Wahl anzutreten. Beide haben das Ergebnis der Wahl nicht nachvollziehen können und waren völlig enttäuscht. Besonders Dr. Trump verstand es nicht, dass er vom OB nicht angenommen wurde. Auch Friederike Trommer als ausgewiesene Fachfrau hätte sicherlich der Stadt Kosswig gut gestanden. Immerhin war sie von OB Schubert favorisiert worden. Auch sie konnte sich das Wahlergebnis und damit die Entscheidungen der Stadträte nicht erklären. Nun steht alles wieder auf Anfang, denn der Posten muss damit erneut ausgeschrieben werden. Insofern sind wir bereits in Überlegung, um eine Notvertretung abzusichern. Da gibt es bereits erste Gespräche auch mit der Rechtsaufsichtsbehörde, wie das abgehen kann. Und dieses werde ich auch mit den Stadträten jetzt zeitnah besprechen. Mal sehen, ob es nie vielleicht auch außerordentliche Stadtratssitzungen nochmal gibt. Das bleibt jetzt mal noch abzuwerten, aber ich vermute ganz stark, dass dieses erforderlich sein wird. Daher bleibt Kosswig-Sobie vorerst ohne Stellvertreter sowie Kämmerer. Und das auf unbestimmte Zeit, dank Corona-Krise. Vielen Dank.